Musik Am Kocher gefällt mir, dass wir viele neue Sachen ausprobieren und vieles dazulernen und ich erhoffe mir, dass ich noch viele coole Jahre da habe. Musik In Südmestrahl schnürzt mir die Mehl auf den Hausträder und siehst du auch so gut mit dem Oberkörper und die Sohle. Und das möchte ich aber nicht hinterher. Musik Das kann ich einfach nur sehen. Für mich ist die HLT eigentlich die beste Ausbildung, die es für junge Menschen gibt. Sie sind ausgebildet in vielen Bereichen, im Service, in der Küche, aber auch im Umgang mit dem Gast. Nicht nur mit dem Gast, sondern einfach die Persönlichkeit, das Auftreten, was sie da erwerben, ist für jeden Beruf zu gebrauchen und bildet fürs Leben.